Willkommen, willkommen, hier summen Insekten und spielen die feinste Musik. Unisono ist ein musikalischer Begriff und bedeutet im Einklang sein. Und dieses im Einklang sein, wenn zum Beispiel alle eine Melodie spielen oder singen, dann kann das eine ästhetische Erfahrung, das kann aber auch eine menschenverbindende Erfahrung sein. In den Workshops kommen wir jede Woche in eine Einrichtung für SeniorInnen und natürlich kommen Kinder dazu. Wir singen jede Woche, wir tanzen jede Woche, wir musizieren jede Woche, um uns gemeinsam auf einen Opernbesuch vorzubereiten, den die Gruppe am Ende des Projekts gemeinsam sehen wird. Willkommen, willkommen, hier summen Insekten. Kita-Kinder und Menschen mit Demenz durch eine musikalische Brücke zu verbinden, dass sie ein Verständnis füreinander entwickeln, das ist das Herzstück von Unisono.